schön dass du hierhin gefunden hast wenn du beim rätsel mitmachen möchtest pausiere das video an der entsprechenden stelle um dir das rätsel genauer anschauen zu können dasselbe gilt am ende des video mit der lösung dazwischen gibt es den entspannenden teil viel freude mit dem video hilft dem weihnachtsmann zeigt dem weihnachtsmann den weg zum winterdorf zeichne dazu eine durchgängige linie innerhalb des quadrats die alle goldenen punkte berührt die linie darf sich nicht selbst schneiden sie soll aus zwölf geraden strichen bestehen die waagerecht senkrecht und diagonal verlaufen dürfen gedanken beruhigen wenn die weihnachtshektik dich zu überräumen droht ist diese übung ideal sie hilft dir aus eigener kraft heraus deine gedanken zu beruhigen und zu stärken erstens legt die fingerspitzen beider hände aufeinander spüre dabei den kontaktpunkten nach und konzentriere dich auf die energie die zwischen den händen fließt zweitens legt dann die fingerkuppen auf die stirn und lass sie dort ruhen schließe die augen und spüre der energie nach die nun aus den fingern strömt drittens nimm einige tiefe atemzüge während die energie fließt und atme ruhig und tief weiter nachdem du die hände von der stirn genommen hast wenn dir das video gefallen hat würde ich mich über ein like ein daumen rauf und ein abonnement sehr freuen kommentare bringen den algorithmus so richtig auf trab und du würdest mich total damit unterstützen was mich sehr froh machen würde dankeschön